Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von RWE aktuell. Diese Woche mit der Gabi, freut mich. Und mich freut es auch sehr, Didi, dass wir es wieder mal gemeinsam machen. Und folgende Beiträge haben wir von euch im Gepäck. Wir lassen uns das Konzept einer Bauhütte auf Ehrenberg erklären. Dann stellen wir euch das IKA Reute vor. Zeigen euch den Krampuslauf aus dem Jahr 2011. Und haben ein interessantes Gespräch mit dem Mediziner Paul Sakewitsch geführt. Aus der Erfahrung der letzten 20 Jahre und aus der Verantwortung für die Erhaltung des Festungsensembles Ehrenberg in der Zukunft hat Armin Walch, der Geschäftsführer des Vereins Burgenwelt Ehrenberg, die Idee entwickelt, die Bauhütte Ehrenberg ins Leben zu rufen. Was es damit genau auf sich hat, haben wir uns auf der Burggrüne Ehrenberg erklären lassen.